Prasarita-Pada-Shirshasana ist die Kopfstandstellung mit gespreizten Beinen. Vom Kopfstand ausgehend wird er erst einmal gerade im Rücken und dann gibt die Beine weit auseinander. Und so bist du in Prasarita-Pada-Shirshasana. Übrigens, für manche Menschen ist es sogar leichter, mit gespreizten Beinen in den Kopfstand zu kommen. Raffaella zeigt gerade, wie man mit leicht gespreizten Beinen wieder die Füße auf den Boden bekommt. Und genauso von hier die Beine nach oben zu kommen, für flexible Menschen ist das die einfachste Weise, in den Kopfstand zu kommen. Meistens kommt man ja in den Kopfstand mit geschlossenen Beinen, aber wenn dir das schwerfällt und ansonsten flexibel bist, dann probiere mal mit Prasarita-Pada, mit gespreizten Beinen in den Kopfstand zu kommen. Und dann probiere mal mit Prasarita-Pada, mit gespreizten Beinen in den Kopfstand zu kommen. Und dann probiere mal mit Prasarita-Pada-Shir-Shir-Shir-Shir-Shir-Shir-Shir-Shir-Shir-Shir-Shir-Shir-Shir-Shir-Shir-Shir. Hier bin ich in den Kopfstand zu kommen.